So, das ist unser Glücksteil des Tages. Wir haben heute 2 und 8, also die 28 oder 82. 8 und 2 ist 10, das heißt wir enden eigentlich bei einer 1. Wenn wir die 1, die 2 und die 8 separat erklären, dann ist die 1 der Beginn einer Sache, das heißt ein Anfangsfunke. Die 2, da geht es schon um Dualität, um Entscheidungen. Und die 8, das wäre Aktion, Bewegung und Veränderung. Und das sind 3 gute Sachen in Kombination. Ich wünsche euch ein schönes Tag. Tschüss!